Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen im Fitness- und Laufenbereich bei uns in der Schweiz. Mit Facebook, Instagram und YouTube hat sie fast 500'000 Follower. Sie hat mit 24 bereits ein sehr bewegendes Leben hinter sich. Ganz so einfach war es definitiv nicht. Über dieses Leben wollen wir heute sagen. Herzlich willkommen Anja Zeidler, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Hallo Claudia. Ich habe es gerade angetönt, Influencerin mit sehr, sehr vielen Followern. Was muss man sich eigentlich heute darunter vorstellen? Es hat sich ja enorm gewandelt, auch wenn du angefangen hast. Bei den 330'000 auf Instagram. Ja, also ich denke, es hat sich enorm gewandelt, wie du es gesagt hast. Also heutzutage gibt es extrem viele Influencer. Ich denke fast jeder Zweite ist schon Influencer. Genau, es ist so eine Wildwuchs. Ich selber weiss aber gar nicht, ob ich mich überhaupt als Influencerin bezeichnen will. Für mich ist das nicht schwarz-weiss. Oder es gibt wirklich verschiedene Arten von Influencing. Und bei mir ist es sicher ein grosser Teil von dem, was ich mache. Aber es ist natürlich nicht alles. Und ich denke, was mich so etwas abhebt und etwas anders macht, als vielleicht andere Social-Media-Influencer, ist halt, dass bei mir sehr viel Persönliches dabei ist. Und sehr viel Bewegendes und sehr viel meiner Geschichte immer dabei ist. Und darum bin ich ja heute Abend dir in der Sendung persönlich, wo wir sicher auch noch etwas über das erfahren. Genau, ich glaube, das ist ja auch sehr speziell. Also du hast es gerade angehört, sehr speziell. Du tust ja sehr, sehr offen auf diesen Plattformen darüber reden. Wo sind da die Grenzen für dich? Weisst du, wo sagst du auch für dich, hey, das geht mir jetzt ein Stück weit zu weit? Oder gibt es das überhaupt gar nicht? Weisst du so eine Grenze, wo du sagst, wo es einfach darum geht, möglichst viele verschiedene Produkte in die Kamera zu halten und dafür eine Werbung zu schalten. Auf meinem Account sieht man natürlich auch Werbung und Reklame auf jeden Fall. Das gehört natürlich dazu. Aber ich vergleiche es eigentlich immer so etwas wie eine Fernsehsendung. Also ich bin sozusagen die Anja Zeidler-Sendung. Und die Leute, die bei mir reinschauen, wollen auch die Anja Zeidler sehen. Und wenn jetzt natürlich nur die eine um die andere Werbung kommt, nervt es irgendjemand. Können die auch mal schnell reinschauen, oder? Du siehst natürlich auch sehr viel, einfach irgendwie dort. Hier hat es jetzt ein wenig Werbung, oder? Genau, in der Mitte haben wir gerade den neuesten Werbepost, den ich gemacht habe. Aber da z.B. siehst du auch mal etwas in den Jeans, ungeschminkt, wo irgendwie einfach etwas erzählt, wie es mir gerade geht, was mich gerade bewegt, was ich gerade mache. Z.B. aktuell haben wir irgendwann noch ein wenig weiter Scrollschen. Jetzt sind die Oster-Workouts z.B., wo ich den Leuten zeigte, wenn ich mich an Oster fit halte, liege ich dort über einen Schokoladen. Ja, das hat mich beeindruckt, wie viele Liegestütze gemacht werden. Ich dachte, jetzt muss ich auch wieder anfangen. Du, ei, ei, ei. Ja, nicht schlecht wirklich. Voll. Und wer macht denn die schönen Fotos hier? Also, sehr viele sind, wie z.B. das, das ist ein ganz einfaches, ungeschminktes Selfie. Aber sehr viele von den Fotoshooting-Bildern machte meine Mami. Und zwar jetzt nicht einfach so aus Lustig kommt, Mami macht schnell, meine Mami fotografiert. Und, ähm, sie ist für mich eine sehr wichtige Person in meinem Leben, jetzt in puncto ... Ja, da ist sie. Das Mami in Florida. Du also selber auch sehr extrovertiertes Mami. Also, sie ist wirklich ... Also, ich finde, meine Mami ist eine schöne Frau. Und sie ist für mich ein grosses Vorbild. Und ich bin mega stolz auf sie. Und ich schaue sehr zu ihr rauf. Und, ähm, ich bin ... Oh Gott, das alte Bild. Wollt ihr auch das ausgraben? Aber ich bin sehr froh, dass ich sie in meinem Leben habe, weil sie mich in allen Bereichen unterstützt. Also, jetzt privat, sowie eben auch geschäftlich. Oder weil als Influencer musst du halt immer wieder ein Bild haben. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn Mami hier mit dir zusammenarbeiten kann. Du, weisst du das eigentlich? Wenn du die Fotos noch von früher siehst. Ja. Man erkennt dich teilweise fast gar nichts. Also, ich muss jetzt gerade sagen, wie gerade das Bild und das andere. Ich weiss noch genau so eine Geschichte dazu. Erzähl mal. In welcher Zeit das war. Jetzt gerade zum Beispiel das. Da bin ich in meinem Elternhaus zuhause mit meiner Mami. Und zwar bin ich hier wieder nach Hause gezogen. Ich bin vorübergehend wieder nach Hause gezogen. Das war gerade, als ich nach Los Angeles zurückgekommen in die Schweiz. So etwas schweren Herzens. Wo es mir nicht so gut ging. Und dort habe ich eben meine Mami sehr stark gebraucht. Und die Unterstützung von ihnen gebraucht. Und dort bin ich gemütlich mit ihnen zuhause. Man sieht auch dort einen Moscato in der Hand. Blueberries rein. Was auch immer. Aber dort habe ich mir seit langem auch wieder mal einen Drink gegeben. Weil das in einer gewissen Phase in der meinem Leben überhaupt nicht möglich war. Ja. Sehr von Abstinenz gelebt hast. Genau. Weil ich mir auch sehr viel verboten habe. Vorgeschrieben habe in puncto Ernährung und Fitness. Und meine Eltern konnten mich wieder zurückholen, als ich mich irgendwann komplett verloren habe. Darum waren sie für mich sehr wichtig. Zu dem Zeitpunkt hast du auch geschrieben. Oder in anderen Texten schon. Du hättest wahrscheinlich in den Anstall gehen. Oder irgendeine Hilfe suchen. Wäre da nicht das Mann mit Papa gewesen. Und du hättest nach Hause kommen gewohnen. Was ist denn damals passiert in L.A.? Es hat bei mir alles mal ganz normal angefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Hairstylistin und Make-up Artistin in Luzern, wo ich auch geboren bin. Und ich wusste aber schon immer, dass ich mich machen möchte. Ich war immer ein Mensch. Ich habe mich gerne gezeigt. Wenn wir besucht haben zu Hause, habe ich gerne eine Aufführung gemacht. Ich bin gerne vor der Kamera gestanden. Ich habe mir schon von 12. Geburtstag ein Fotoshooting gewünscht und solche Sachen. Ich hatte immer so einen Traum, Model zu werden. Von klein auf war das, Maxi, für dich? Ja, ganz klein. Mal Sängerin. Da habe ich immer gerne gesungen und gemacht. Ich habe immer gerne mich gezeigt und eine Show gemacht. So war ich schon immer. Und dann habe ich angefangen, zu modeln. So in meiner Teenie-Zeiten. Neben den Qua-Fauss. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich trainiere, um mich in Form zu halten. Ich freue mich mit Fitness an. Und habe dort eine grosse Leidenschaft von mir entdeckt. Und dann hat sich das eigentlich so ergeben, dass es so vom Modeln ins Fitnessmodeln gerutscht ist. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich immer mehr geschafft habe, erreicht habe, immer präsenter geworden bin. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich habe in einer gewissen Zeit von meinem Leben nicht mehr so gespürt, wo die Grenzen sind. Von lauter Ehrgeiz. Ja, von lauter Ehrgeiz. Ich habe in der Schweiz schon etwas abgeklappert. Und darum kam es dann eben so, dass ich dachte, jetzt ist der nächste Step. In der Schweiz sind wir schon etwas abgeklappert, auch der Fitnessmarkt. Deutschland auch. Jetzt Amerika. Das ist mein grosser Traum. Und heute schaue ich zurück und sehe viele Sachen etwas anders. Du warst ja noch sehr jung und glänzt. Ja, klar. Mit 19 bin ich gegangen. Und ähm ... Was hat dir deine Mama und dein Papa gesagt, als du dir zu Hause erzählt hast, du hörst mal schnell, Mami und Papi, jetzt gehe ich auf L.A. und versuche mein Glück als Fitnessmodel. Sie haben es ... Also meine Eltern haben schon immer gewusst, dass ich jemand bin, du kannst mir nichts verbieten. Du kannst mir ... Das war schon als Kind so. Wenn mir meine Mama gesagt hat, die Haarplatte reicht nicht, sie ist heiss. Du kannst sie sicher abgelassen. Ganz genau. Und darum haben sie mir eigentlich immer gesagt, ja, schau, geh du, mach du, was du willst. Ähm ... Meld dich ab und zu. Ich meine, eine Mama und ein Papa haben natürlich auch immer etwas Angst um sein Kind. Vor allem, weil sie auch gesehen haben, wie wir gerade auf dem Bild hier sehen. Oder was ich eine Zeit lang mit meinem Körper gemacht habe. Extremen Muskelaufbau, extreme Diäten. Brustimplantate hatte ich dort noch. Die sind ja heute auch nicht mehr. Und sie hat mir einfach immer gesagt, wir können dich nicht aufhalten, du machst es sowieso. Du machst es wahrscheinlich erst recht. Aber wenn du ... Nein sagen. Ja. Aber wenn du einmal merkst, wer du eigentlich wirklich bist und wenn du wieder zu dir zurückkommst und wenn du einmal einen Rückenhalt brauchst, dann sind wir da für dich. Und das sind es gewesen. Und dann bist du auf Alain gekommen und wirst du überhaupt losgegangen? Da kommst du auch nicht so schnell rein, bist du einfach mal in ein Fitnesscenter gegangen, hast du deine Szene gesucht, die erste Fotoshootings gemacht? Mhm. Also logisch, wie du sagst, Los Angeles ist riesig. Dort bin ich natürlich nicht ... Oh! Dort hat niemand gewartet auf das Fitnessmodel von Luzern. Natürlich nicht. Aber wie ich schwimmen war, war ich sehr ehrgeizig. Und ich wusste schon immer genau, wenn ich etwas will, dann mache ich dafür, was ich es habe. Und ich ... Es hat so angefangen, dass ich ins Gold's Gym gegangen bin in Los Angeles. Das ist eines der weltbekanntesten Fitnessstudios. Das kann, glaube ich, jeder, der im Fitnessbereich tätig ist. Ich konnte dort meinen Coach kennen, und der war sehr gut connected. Ich bin dann an meine ersten Fotoshootings gekommen. Vielleicht mögen sich die einen noch an das Muscle & Fitness-Shooting erinnern von mir. Das war in zwölf verschiedenen Ausgaben um die ganze Welt herum. Das Shooting war dann abgebildet im Muscle & Fitness USA, Russland, Japan, also ich habe meinen Namen gesehen, japanische Zeichen. Also es ist eigentlich dann doch relativ schnell gegangen. Das pauscht einem ja auch sehr. Natürlich. Wenn man das sieht, dann hat man das Gefühl, da ist eigentlich alles offen, da ist alles möglich. Genau. Und es ist halt so ein bisschen das Problem, oder? Dass wenn du im Leben einen Wunsch hast, du erreichst ihn, ist eigentlich bei den meisten Leuten das Problem, oder bei mir ist Samu so gewesen, dass es dann eben nicht fertig ist, sondern du hast das Gefühl, so, jetzt das Nächste. Hey, mega, jetzt nochmals das Nächste. Und du bist so der Hamster im Hamsterrad und das kann aber recht gefährlich sein. Und darum bin ich da relativ weit gegangen. Ich weiss auch noch, bei einem Shooting, als ich für ein Fitnessmagazin in L.A., haben sie mir eigentlich das Cover zugesagt. Sie sagten, super, wir machen eine riesige Story, du auf dem Cover. Und nach dem Shooting haben sie gesagt, man nimmt dich gleich nicht aufs Cover, weil du hast noch keine Brustimplantate. Du bist noch zu flach oben durch. Und dann habe ich gewusst, okay, dass es halt noch mehr reicht, braucht es jetzt nochmals einen nächsten Schritt und das ist eine Schönheitsoperation. Und so ist es dann halt immer weiter weggegangen von meinem eigentlichen Naturellen, von der eigentlichen Person, Anja, wie sie ja heute wieder ist, wie ich mich wieder gefühlt habe, wie ich heute bei dir sitze und mit dir über diese Zeit reden und zurückschauen kann. Das zeigt aber auch, wie weit weg du von dir selber warst. Also einfach dem Gespüren, sich irgendwie noch extrem anzunehmen und zu wissen, was man eigentlich selber will. Und Selbstbewusstsein scheint damals auch nicht an einem grossen Ort gewesen zu sein, auch wenn man ein Cover macht. Das zeigt ja auch, wie wenig das schlussendlich mit dem Selbstbewusstsein tut. Ganz genau. Du sagst es total. Also ich war eigentlich als Kind immer eine fröhliche und selbstbewusste, aber wieso auch immer bin ich dann doch naiver als selbstbewusst, mit so 18, 19, und habe dann wirklich mit mir machen lassen. Und eben, wie du es gesagt hast, Selbstbewusstsein nicht hatte, um zu sagen, nein, ich bleibe mir selber treu. Und ich sehe das aber auch, weisst du, ich wünsche jetzt niemandem das zu erleben. Ich möchte es auch nicht nochmals erleben, aber ich sehe es wirklich als Teil meines Werdegangs, Teil meiner Entwicklung, dass ich heute hier sein kann und heute meine mediale Präsenz und meine Präsenz auf den sozialen Medien dazu nutzen, um zu sagen, schau, mir ist es passiert, ich habe mich verloren, ich hatte zu wenig Selbstbewusstsein, ich habe mit mir verändern, ich habe mich verändert. Und darum weiss ich, wie schön es ist, wenn man sich selber treu sein kann. Und heute ist ja das eines meiner Hauptmessages Selbstliebe, bei dir selbst bleiben, stolz sein auf das, was du bist, auf das, was du hast. Und genau. Über Selbstliebe reden wir sicher noch, ist auch ein grosses Thema, das ich sehr gerne habe. Gehen wir nochmal schnell zurück auf L.E., also die Brustimplantate und die ganze Anabolika. Wie bist du überhaupt zu dem gekommen? War das auch der Trainer? Ich glaube, der Trainer hat dich begleitet zu der Beratung dann zum Doktor selber. Aber diese Anabolika liegt ja nicht auf der Strasse. Ja, leider ist das viel einfacher zu daherkommen, als was man eben meint. Ganz klar sind die Sachen natürlich illegal. Die kannst du eigentlich nicht in jedem Laden kaufen. Aber eigentlich ist es auch so, dass du sie sehr schnell rüberkommst, wenn du sie willst. Also viele meinen natürlich auch, das sind nur Profisportler, die mit Topingpräparaten arbeiten. Ja, genau. Aber es sind durchaus leider, so erschreckend auch ist, auch sehr viele Jugendliche, sehr viele Hobbysportler, die einfach mal sagen, hey, ich will jetzt auf den Sommer ein bisschen abnehmen. Was kann ich da noch nehmen, wo man das Fett besser verbränt? Oder was kann ich jetzt noch nehmen, wo man die Muskeln noch schneller aufbaut? Also es ist durchaus auch ein Thema bei den Jugendlichen, die auf dem Fitness-Hype sind. Aber dann so einen grossen Preis bezahlen, weil das hast du ja auch erlebt. Es ist ja nichts getan mit ich schlucke das und man sieht einen schönen Effekt. Sondern die Nebenwirkungen, die man hat, sind ja enorm. Ganz genau. Du hast auch enorme Nebenwirkungen gehabt. Genau. Ja, du sagst es, Nebenwirkungen sind enorm und das sind sich eben viele nicht bewusst. Und genau darum habe ich mich zwei Jahre nach meinem Absprung dazu entschieden, hey, ich mache ein Coming-out, ich will über das reden, ich will so ein bisschen Awareness schaffen für das, weil eben ganz viele meint, ah, cool, hier eine Abnehmpille, hier ein Muskelaufbaupräparat und der Job ist erledigt und super. Und so ist es eben nicht. Also, Nebenwirkungen hatte ich extreme. Ich habe eigentlich eine komplette Wessensveränderung durchgemacht. eine Zeit lang, wenn ich alte Fotos von mir anschaue, erkenne ich mich gar nicht. Nicht nur optisch vom Aussehen. Ich finde, sehr in deinem Gesicht sieht man das. Und zwar von der Ausstrahlung her. Wir haben sicher hier. ein Bild. Da haben wir eins. Das ist dir in das Posts Bild und auch da siehst du. Oder wenn ich dort für ein Foto posiert habe, du siehst, ich habe geschaut, dass mein Bein sicher angespannt ist, sicher einatmen, dass jeder Bauchmuskel siehst, und hier den Arm während der Sonnenbrille habe, selbst noch so heimlich am Flexen. Aber wie der Gesichtsausdruck ist, war mir damals egal. Und das finde ich eigentlich schade, dass ich damals auf ganz andere Sachen Wert gelegt habe, nur auf oberflächliche Sachen. Auf den Körper, oder? Also den Körper als Mittelpunkt eigentlich vom ganzen Lebensstück. Genau. Ich habe damals auch wirklich gemeint, mein Körper, das ist alles, was ich zu bieten habe. Und heutzutage weiss ich, nicht nur ich, auch du, auch jeder, der jetzt gerade zuschaut, hat viel mehr zu bieten. Unser Körper, unser Aussehen ist nur ein kleiner Teil von dem, was uns als Person ausmacht. Aber das musste ich erfahren. Und ich habe die Hoffnung, dass, wenn ich so offen über das rede, dass vielleicht andere von diesen Erfahrungen ein bisschen abschauen können und sich einen Tipp davon nehmen. Genau, und dort ist es, denke ich, so unglaublich wichtig, du reitest auf deinem Anabolikum. Das ist schon gut. Dass es eben unglaubliche Nebenwirkungen hat. Ja, genau. Du hast es angesprochen, Wesensveränderungen. Genau, bei der Wesensveränderung, dann natürlich auch das Gesicht, wie du jetzt siehst, ist wieder viel feiner und viel weiblicher. Und auch da habe ich eine Zeit lang extrem Wangen bekommen. So ein kantiges Gesicht. Die Hautveränderungen. Die Hautveränderungen. Also wirklich unreine Haut. Eine tiefe Stimme. Also ich war jemand, ich hatte schon immer eher eine tiefe Stimme. Aber in dieser Anabolika-Zeit, wenn du alte YouTube-Videos hörst, ich rede ganz anders, von der Stimmlage her. Auf diesem Bild war es hier sehr gut. Schau mal, das Böse irgendwie. So das Angespannte. Und ja. Also da haben wir ja auch das Gefühl, so viel Lebensfreude hast du jetzt nicht mit dem Body. Nein. Aber wenn ich ehrlich bin, zu mir selber und zurück schaue, war es auch nicht wirklich lustig. Also weisst, täglich zweimal ins Fitnessstudio gehen, am Morgen früh, am Abend spät, alle drei Stunden abgewogen im Töpperwerk, dein Essen mitnehmen und alle drei Stunden essen, dass du auch ja jede Kalorie abgezählt hast, dass du auch ja deine Figur behalten kannst. Das war schon nicht lustig. Aber damals hatte ich das Gefühl, ich muss das machen und nur so bin ich gut genug. Oder das ist ja genau dort. Wieso macht man das? Wieso hat sie sich das an? Das ist doch so eine herzige. Sie hat doch so viel zu bieten. Wieso tut man sich das an? Die Leute können dann auch so sagen, wie schön und wie toll du bist, wenn du selber das Gefühl hast, es reicht nicht. Dann bist du eben bereit. Total legal. Ja, genau. Du hast auch schon darüber erzählen, das ist auch eine Essstörung. Ab dem, wo man mehr wie dreimal am Tag ans Essen denkt, ist man bereits wieder eine Essstörung. Das hat mich auch noch erschreckend. Hast du das zu diesem Zeitpunkt auch wahrgenommen, dass du eigentlich eine Störung hast? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe das absolut nicht realisiert. Phasenweise habe ich es vielleicht im Unterbewusstsein realisiert. Ich glaube, das war auch ein Punkt, weshalb ich dann auch sehr viel Zeit immer wieder alleine verbracht habe. Weil ich eigentlich von meinem ganzen Umfeld, meiner Familie, von meinen engsten Freunden, die eigentlich genau wissen, wie ich eigentlich ... ... ... welche Anja du eigentlich wärst. Genau. Und die hat mich auch immer wieder darauf angesprochen. Es war nicht so, dass jeder in meinem Umfeld das toll gefunden hat. Überhaupt nicht. Weil ich selber war irgendwie auf einem Film und habe mich bewusst ... Das hast du gar nicht gehört. Ich habe es auch von Mami. Ich wollte nicht hören. Nein. Darum auch bewusst, obwohl ich so eine enge Beziehung mit meiner Mami habe, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ich habe mich sehr stark von ihr distanziert, weil ich es gar nicht hören wollte. Und bin leer gewesen. Und sie hat teilweise auch ignoriert. Und ja, ich habe ihr ... Sicher auch ein Veto mit dem. Das tut mir auch mega leid. Aber das weiss ich auch. Jetzt bin ich ja wieder die Anja, wie ich sie bin. Zum Glück, oder? Und das Punkt der Außen ist zurück. Und wenn ich wirklich Fotos von mir als Teenie anschaue, erkenne ich mich wieder, hey, das ist wieder die gleiche Person. Wenn ich es mit diesen Fotos vergleiche aus dieser Bodybuilding-Zeit, sehe ich schon, hey, die Ausstrahlung, das Strahlen ist dort gar nicht da gewesen. Aber ja, so ist es. Da muss man sich manchmal wieder härter kämpfen, oder? Ja. Vor allem erst recht, wenn man rauskommt. Und das ist auch ein Schritt, den du ganz bewusst gemacht hast. Also irgendwann hat es, glaube ich, Klick gemacht bei dir. Magst du dich noch erinnern? Hast du das irgendein Schlüsselerlebnis gesehen? Oder was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt habe ich genug, jetzt kümmere ich mich wieder um mich? Es war definitiv ein Schlüsselerlebnis, das es auch gebraucht hat. Weil gerade Bodybuilding jetzt in dem Ausmass, wie ich es gemacht habe. Jetzt nicht, dass ich jemanden angreifen, wo Bodybuilding als Sport lebt. Also das gibt natürlich auch Unterschiede. Aber in dem Ausmass, wie ich es gemacht habe, ist es definitiv eine Sucht. Und ich glaube, man kann sich das etwas vorstellen, aus jeder Art von Sucht ist es schwierig herauszukommen. Und schon nur der erste Punkt ist es, überhaupt einzusehen, dass man ein Problem hat. Dass man Sucht hat? Ja, genau. 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 Und der Schlüsselmoment für mich war, als ich eine meiner Kindheitsfreundinnen wieder getroffen habe in L.A. Wir haben uns ein Jahr lang nicht gesehen. Das war genau das Jahr, als ich auf dieser schiefen Bahn war. Sie sah mich immer nur auf Fotochen und sie hat schon beobachtet, was gerade mit mir abgeht. Aber als sie mich dann persönlich face-to-face sah, ist sie verschrocken. Und sie hat mir den Spiegel hergehabt und hat gesagt, Anja, das bist nicht du. Jetzt nicht nur vom Aussehen. Wie du aussehst, ist es mehr als eine deiner besten Freundinnen gleich, aber das ist nicht deine Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn mir das Mami versucht hat zu sagen, sie war wahrscheinlich zu nahe gewesen. Da ist sie noch das Mami. Genau, das Mami kommt eh nicht raus. Oder wie man immer meint, obwohl das Mami immer recht hat. Das merkt man dann eigentlich wieder, weil wir dann doch wieder auf dich neun zu Mami gehen und sagen, Mami, du hast recht gehabt. Aber damals diese Freundin war, glaube ich, wirklich genau an der richtigen Stelle. Oder an der richtigen Positionierung her. Und hat es geschafft, mich in den Spiegel herzuhalten, in L.A. Ich weiss auch noch, ich bin mit ihr dann dort in meine Wohnung gefahren, in Los Angeles. Und mit ihr all die Medikamente weggerührt. Ich habe meinem Coach geschrieben, ich komme nicht mehr ins Training. Aber es war leider der erste Versuch. Zwei Wochen später bin ich wieder ins Training gegangen und habe gesagt, ich halte es nicht aus, wir müssen wieder anfangen, ich bin fett geworden. Obwohl ich wahrscheinlich kein Gramm zugenommen habe. Aber psychisch habe ich mich im Spiegel angeschaut und dachte, ich verliere Muskeln, ich werde dick. Und ich habe mich nur nach dem gesehen, nach meinem Körper, weil ich eben auch gerade auf Social Media damals immer nur den perfekten Körper zelebriert habe. vor allem, weil ich mich auch immer von so surrealen ... Vorbilder? Ja, eigentlich leider nicht Vorbilder, aber von so surrealen Leuten noch beeinflussen und dachte, wow, so sehen die aus, ich muss das auch. Und da sind wir eben beim Punkt Social Media, kann auch sehr gefährlich sein. Das ist nicht alles gut und recht. Und es ist ja sehr gefährlich für die ganzen jungen Mädchen. Ja, für die, die sehr beeinflussbar sind. Das Thema, wo du immer mal wieder aufgreifen tust. Mir persönlich ist alles viel zu gemacht und gekünstelt und alles bearbeitet. Total. Das ist die Realität. Total. Das ist es. Und vielen ist eben nicht bewusst, und das musste mir auch bewusst werden, dass auf Social Media die Leute eigentlich nur ihre Highlights posten. Sie posten das, wenn es eben gerade der perfekte und der tollste Moment ist. Und wenn du selber in diesem Business bist und das ja eigentlich weisst, ist es mir auch einmal so gegangen, dass ich gleich irgendwie mich mit dem Perfektionismus verglichen habe. Und darum halt gemeint, ich müsse jetzt das auch. Und heutzutage nutze ich es ja ganz anders. Also jetzt, wenn ich bei dir in der Sendung bin, lasse ich mich natürlich auch gerne schminken und so. Auch geschminkt. Natürlich. Aber man muss jetzt fairerweise sagen, es gibt kein schlechtes Foto von dir da drauf, oder? Ja, natürlich. Es ist auch nicht so, dass du dich jetzt irgendwie total schräg darauf zeigst. Ich glaube, das ist auch die falsche Plattform. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich sehr auf Realness setze und eben gerade so Vergleichsbilder immer wieder hochladen. Oder wie ich es früher sah, angespannt. Hauptsache der Körper ist gut und heute einfach mit einem Lächeln. Nicht geschminkt. Natürlich. Weisst du, am Schluss geht es ja dann eben durch auf deinen Plattformen darauf, dass du geliked werden willst, dass ich den Zuspruch von deiner Fan-Gemeinschaft bekomme. Also am Ende des Tages geht es ja auch wieder um Anerkennung und Liebe. Auf jeden Fall. Also du fragst mich, wie stark beeinflusst dich das? Natürlich. Heute noch. Du zeigst dich trotzdem. Ja. Also früher war mein Leben davon abhängig. Das kann ich dir sagen. Früher ging ich alle zehn Minuten Likes checken und schauen, wie viele Likes hat es jetzt? Wieso hat es jetzt nicht so viele? Warum geht es jetzt nicht ab? Wie viele Kommentare hat es? Und auch wenn mal ein schlechter Kommentar dabei war, war es für mich schlimm. Da habe ich wirklich von zehn guten Kommentaren, ein negativer, habe ich mich selber verrückt gemacht ab dem negativen. Und es hat ja sehr viel gegeben gerade 2013. Ja, sicher. Sicher. Da muss man ja sehr resistent sein. Ich verstehe es sehr gut, dass du gesagt hast, dass ich damals auch sehr stark in das Ganze hineinbleiben. Was man am Wunder nimmt, dass aus dieser ganzen Sucht herauskam. Wie bist du aus dieser herausgekommen? Dass du eben nicht wie andere in eine Anstalt gehen oder etwas machen mussten? Ja, da sind wir vorher stecken geblieben. Genau, ich habe den ersten Absprung versucht. Es hat nicht geklappt. Und geschafft habe ich es dann eigentlich erst bei einem dritten Anlauf, als ich zurück in die Schweiz gekommen bin und wieder zu meinen Eltern vorübergehend gezogen bin, weil ich gewusst habe, ich brauche einen Rückenhalt, ich brauche Leute um mich herum, die mich kennen, wie ich bin, die mich auf meinen Weg leiten können und die mich gerne haben, die mir Liebe geben, so wie ich bin, eben auch privat und nicht immer auf einem perfekten Selfie, wie es damals halt gewesen war. Und zusätzlich bin ich auch zu einer Naturheilpraktikerin gegangen. Ich habe kinesiologisch an mir gearbeitet und halte auch sehr viele Gespräche, aber ich wollte nicht in eine Anstalt oder zu einer Psychiaterin oder so. Ich halte nicht ... Also, ja, ich persönlich für mich wollte es eigentlich auf einem natürlichen Weg versuchen, auch erst recht, weil ich gewusst habe, zu jedem Schulmediziner, und wenn ich gehen würde, würde ich wahrscheinlich lernen, Medikamente zu bekommen, um glücklicher zu sein, um zu mir zu stehen zu können. Und ich hatte das ein bisschen wie ein Trauma. Ich habe schon so viele Medikamente genommen. Ich will nicht noch mehr. Ich will einfach nur reden. Ich will einfach bei meiner Familie sein, bei meiner Katze sein, bei den Leuten, die mich kennen, die mich gerne haben. Und zusätzlich mit einer Naturheilpraktikerin habe ich gearbeitet. Ich esse heute gesund und ausgewogen. Und vor allem vegan. Ich glaube, das ist das neue Thema. Genau, genau. Also, das neue Thema. Das ist immer so, wo ich immer sagen muss, ja Leute, ich weiss, viele haben immer noch Vorurteile. Ja, aber jetzt bist du ja vom einen extrem ins andere. Jetzt bist du ja radikal vegan. Das ist ja auch nicht gesund. Also, meine neue Art, mich zu ernähren, so würde ich es eigentlich nicht nennen, weil ich bin jetzt doch schon seit zwei Jahren, wo ich mich pflanzlich ernähre. Aber definitiv, wie du es gesagt hast, das macht man ja nicht einfach so. Respektive. Es gibt Leute, die das einfach so machen, weil es eben gerade ein Trend ist. Oder weil es eben gerade irgendwie mega gehypt wird. Viele haben das Gefühl über Nacht, so, ab morgen bin ich jetzt vegan. Cool, das ist der neue Trend. So ist es bei mir überhaupt nicht. Also, ich habe mich sogar in meiner Bodybuilding-Zeit schon mal damit angefangen zu befassen. Ich habe das auch mal einen Monat ausprobiert und habe aber damals gemerkt, funktioniert für mich nicht, mit den Kalorien und Makros, die ich zu mir nehme, mit den Gramm Protein, mit den Gramm Fett, mit den Gramm Kohlenhydraten, habe ich gemerkt, dass ich extrem Mühe habe. Und dann habe ich das für mich abgehackt und auch immer ein bisschen belächelt und gesagt, das vegane Zeug, das funktioniert eh nicht. Bis ich aber gemerkt habe, es ist etwas völlig anderes. Und darum kann ich mich auch immer ein bisschen wehren, die sagen, das ist jetzt aber die nächste Essstörung. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Also, vegan hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwie Essen abwögen oder irgendwie eine Diät halten. Das ist einfach eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, wie du es sagst, aber jetzt auch als Religion. Da muss ich auch immer die Augen verdrehen, würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Auf keinen Fall. Ich habe mich damit befasst, mit dem Thema Ernährung, schon sehr lange natürlich, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Und ist jetzt auch wieder das grosse Thema, Auch ausbildungstechnisch. Genau, natürlich. Es interessiert mich extrem. Und ich bin einfach, gerade wegen meiner Vorgeschichte, zu der Erkenntnis gekommen, dass Ernährung nicht einfach nur da ist, um zu nehmen oder abnehmen oder Muskelaufbau oder Fett verbrennen. Ernährung ist unsere beste Medizin. Und für mich macht Sinn. Und dein Körper scheint es dir ja sehr zu danken, weil wir auch auf allen Fötchen hier sehen. Und dein Partner, ist der denn auch vegan? Oder wie macht ihr das, wenn er privat kocht? Ja, das war eigentlich recht lustig. Wir wussten es am Anfang gar nicht so voreinander. Er war sehr lange vegetarisch unterwegs. Okay. Und ich, Bodybuilding mit sehr vielen Pullenbrüstchen und allem. Ich habe mich aber auch für die vegane Ernährung bevor wir uns kennengelernt haben. Und als wir uns kennengelernt haben, wollten wir das zuerst gar nicht so sagen, weil er vielleicht gedacht hat, was soll ich ihr jetzt sagen, findet sie das so Fitness-Girl cool, dass ich kein Fleisch eisen kann. Und ich dachte, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich eigentlich mich vegan ernähren möchte, dann dachte ich, ach, so eine Fitness-Tante da. Und es hat sich eigentlich dann so herausgestellt, dass wir eigentlich dann gemerkt haben, wir beide issen eigentlich gar kein Fleisch. Und dann konnten wir eigentlich sagen, hey, voll cool, dann können wir beide so gleichgesinnt leben und miteinander kochen und uns gegenseitig unterstützen. Und darum ist das auch in meiner Beziehung absolut kein Problem mit der veganen Ernährung. Wir reden hier die gleiche Sprache und sind auf der gleichen Wellenlänge. Das ist sehr, sehr wichtig, oder? Dass man das mit einem Partner auch teilen kann. Er ist schon, glaube ich, eh in einem ganz wichtigen Lebensabschnitt. Er ist 2016 ins Leben zu retten. Damals, glaube ich, auf den ersten Blick. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen? Aber der ganze Prozess von den Brustimplantaten rausnehmen, aber auch schon vorher, als du dich wirklich dazu committet hast, ich gehe jetzt einen anderen Weg, als ich vorher gemacht habe, und da ist er wahrscheinlich schon auch ein ganz entscheidender Treiber an deiner Seite, oder? Auf jeden Fall. Also, ich muss wirklich sagen, ähm, ich muss schauen, wie ich es sagen möchte, weil das ist ja immer so ein bisschen, als Influencer gibst du mega viel von dir Preis. Und ich schätze es halt, es gibt so ein, zwei Fotos von uns, gibt es natürlich, die auch publik sind, aber sehr viel, was meine Beziehung angeht, halte ich eigentlich gerne privat, oder weil ich einfach finde, hey, das ist so etwas, was ich mir noch rausnehme, was dort abgeht, das bleibt bei mir, aber... Ist das auch ein Wunsch von ihm, oder auch nur von dir? Gegenseitig. Gerade auch, weil ich in der Vergangenheit auch schon Beziehungen in der Öffentlichkeit gehabt habe. Und schlechte Folgen wahrscheinlich. Ja, also schlechte Folgen, ich würde es nicht als schlecht bezeichnen, aber es ist ja immer, dann ist jeder Schritt irgendeine Klatschpresse und, also weisst, gerade, ich weiss ja, wie es ist, aber dann irgendwie in gewissen Boulevardblättchen wird es nochmal dramatisierter dargestellt und das nervt, oder? Aber du, oberflächlich können wir auf jeden Fall darüber reden, also, er ist schon für mich auch eine sehr wichtige Person gewesen, in puncto, mich selber zu akzeptieren, wie ich bin. Er ist aber auch gerade dann in mein Leben getreten, 2016, im Juni 2016, den Bodybuilding-Absprung habe ich geschafft im April 2015. Also, ich war wirklich schon mehr als ein Jahr daran gewesen, wieder zu mir selber zurückzukommen. Und er hat mich eigentlich schon als die Person, die ich bin, kennengelernt, hätte er mich wahrscheinlich auch nicht so cool und so interessant gefunden. Ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich war dann ganz auf einem anderen Film, darum sind wir beide für uns zum richtigen Zeitpunkt aufeinander getroffen. Aber klar, er hat sicher ganz viel dazu beitragen, und ich danke ihm auch extrem für. Ich bin ihm extrem dankbar, dass er mir auch immer das Gefühl hatte, ich bin gut, so wie ich bin. Ich glaube, das ist für eine Frau auch noch wichtig, gerade wenn du so unter dem Glitten hast, dass du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Klar, ich habe es geschafft, durch mich selber, durch meine Eltern, durch mein ängsten Umfeld, wieder von allein zurück zu mir zu kommen. Aber ein Partner, der dir das auch noch bestätigt, hey, du bist wunderschön, das tut halt auch mega gut. Und das muss ich schon sagen, hat er mir auch sehr gut und dafür bin ich auch dankbar. Du hast ja auch schon in Interviews gesagt, dass Männer nicht nur immer den besten Einfluss hatten, oder? Darum finde ich es auch so schön, dass es jetzt noch Partner gibt, die das wahrscheinlich auch so ein bisschen korrigieren. Was war denn vorher für dich nicht gut, gerade in Bezug auf mögliche Partner, die ins Leben gekommen sind und vielleicht wieder gegangen sind? Ich bin nicht überrascht, dass du dich so gut informiert hast, dass du da jedes Interview gehört hast, in dem ich etwas gesagt habe. Ich bin natürlich nicht überrascht, das weiss ich ja von dir. Aber es ist schon so, dass ich auch wirklich in einem oder in zwei Interviews, ich habe das noch nicht manchmal auch mal kurz angesprochen, aber ich spreche es gerne bei dir ausführlich an. Ich glaube, ich komme von dem, ich habe das Gefühl, es hat immer sehr viel mit dem eigenen Bild zu tun. Mit welchen Männer kommst du zu welchen Punkt zusammen, oder? Und das war ja bei dir sicher so. Ich glaube auch, weisst du, ohne dass ich jetzt irgendeinem Verflossenen von mir eine Schuld zuschieben möchte, überhaupt nicht. Schlussendlich, auch wenn ich jung bin und auch dort noch jünger war, ich war trotzdem erwachsen und für mich selber verantwortlich. Aber ich wurde sehr oft von Männern enttäuscht, versäcklet und versetzt. und das löst halt in dir, also nicht nur, wenn du eine Frau bist von einem Mann, sondern auch umgekehrt, das Gefühl aus, was ist denn mit mir nicht gut, bin ich denn nicht gut genug. Und ich glaube gerade so mit dem Fitness, wie ich in das Bodybuilding hinein gerutscht bin, immer extremer und extremer, war ganz klar, hey, ich bin so schwach und ich wollte mit dem Stärke geben. Richtig körperlich. oder die Fehler bei mir gesucht haben, das ist eben der Fehler. Wenn du in einer Beziehung enttäuscht wirst, verlassen wirst, ersetzt wirst, durch eine andere, was auch immer. Die Schuld liegt nicht einfach immer allein bei dir. Und das geben sich eben viele Gefühle. Ganz genau. Oh, ich bin zu wenig attraktiv. Ein Mann macht sich die Danken nie, sondern das ist vor allem die Frau, was das Gefühl hat. Ich bin zu wenig schön. Ja, genau. Es stimmt auch bei meinen Brüchen und so weiter. Genau, die anderen haben grössere Brüchen, die ihr jetzt hier das Bild geliked habt auf Instagram und die, die ihr jetzt hier noch geschaut habt, die längere Haare, die ist grösser, die ist kleiner, die ist kurviger, was auch immer. Das ist so. Ich würde aber nicht nur sagen Frauenkrankheit. Wir folgen ja auch ein paar Männer, die mir auch mit kommentieren, dass ich sie mega inspiriere und so. Und ich komme auch wirklich viele schöne Nachrichten auch von Männern, die auch sagen, dass sie mega froh sind um meine Erfahrungen, die ich teile, weil sie teilweise die gleichen Gefühle haben. Gerade kürzlich hat mir einen altbekannten Kollegen angerufen, der sagte, Anja, jetzt kommt ein Sommer, ich bin so dünn, kannst du mir noch ein paar Tipps geben, meine Freundin macht Fitness, ich will auch stärker sein an ihrer Seite. Und dann habe ich wirklich fast so ein Esso-Gespräch gemacht mit ihm und dann musste ich sagen, aber schau, du bist doch mit ihr zusammen nicht nur einfach, weil du so aussiehst, wie du aussiehst, sondern weil du doch du bist. Du bist ein super Vater, du hast schon ein Kind, du bist mega stark in deinem Job, du bist eine extrem tolle Persönlichkeit, sehe doch das auch an dich, schaue nicht nur in den Spiegel und sehe einfach nur, ich bin zu wenig breit oder als Frau, ich habe hier einen Speck. Sehe dich als Person, sehe nicht nur das, was dich stört, auch ich habe schöne Augen, ich habe ein schönes Lächeln. Das ist immer eine Frage von der Perspektive am Ende des Tages. Genau, ich ziehe eine vierköpfige Familie auf, was auch immer, das macht dich als Person aus, nicht nur eben das Scheiben aussehen. Ich finde es so wichtig, das, was du sagst. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es ist ganz entscheidend, dass man weiss, dass ein Partner unglaublich über eine Einflüsse tun. Auch hier kann man sehr, sehr weit von sich selber weg sein. Apropos Partner, Kinder, wäre das mal ein Thema für dich, Familie? Das habe ich schon immer als Kleine, als Teenie, ich habe immer gewusst, ich will meine Mama und Papa, ich habe natürlich auch das Privileg, ich komme aus einer ganz harmonischen Familie. die eine lange Beziehung leben, oder? Meine Eltern, ich glaube, die kennen sich 30 Jahre und sind 26 Jahre verheiratet, unter diesem Jahr sogar 27 Jahre. Und meine Eltern sind mein grösster Vorbild, was so eine Beziehung angeht. Respektive grösster Vorbild, das ist vielleicht falsch gesagt, jeder hat sein eigenes Leben und bei jedem ist es anders. Man darf sich Inspiration holen, aber nicht im Sinne von ich will es so haben wie dich, weil das geht nicht, das gibt es nicht. Aber ich habe das halt immer mitbekommen, als Kind, wie schön das kann sein, wenn du in einem harmonischen Familienbild aufwachsen und ich weiss auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber dadurch, dass ich das gehabt habe, ist das natürlich auch so bei mir so verankert, dass das schön ist und dass das positiv ist und dass ich das auch einmal will. Also ich stelle mir das schon einmal vor, dass ich irgendwann meine Familie habe. Aber jetzt, gell, ich werde 25 in dieses Jahr, ist es für mich noch kein Thema. Ich bin im Moment ganz anders. Du hast so viel Zeit, oder? Genau. Ich habe noch mein Leben vor mir. Hoffentlich. Ich lasse dir Zeit mit dem Thema. Ja, ich lasse mir Zeit mit dem auch ganz bewusst. Weil ich finde, da müssen wirklich verschiedene Faktoren und verschiedene Punkte stimmen. Es wird kommen, wie es kommen wird. Vielleicht bin ich mal eine Alleinerziehungsmami, wer weiss. Aber ich wünsche mir natürlich schon, dass ich einen Partner an meiner Seite habe und wir eine harmonische Familie haben. Aber guck, das ist so etwas, da habe ich ein Vertrauen in mir, wo ich weiss, es kommt so, wie das dann muss. Und das stresse ich jetzt auch nicht an, dass Ron, ich lasse passieren, wie es dann passieren muss. Ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel von Donja Zeitl, das Vertrauen, oder das Urvertrauen, das du sie pflegst und sie erhegst und wahrscheinlich immer da war und dann auch wieder etwas weg war in dieser Zeit. Das ist doch perfekt zum Schluss. Danke vielmals für deine Offenheit. Ich danke dir. Alles Gute. Ich denke, da werden noch ganz, ganz viele kommen. Auf jeden Fall. Man kann es ja auf Social Media verfolgen. Genau. Das kann man auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich auch sehr gut inspirieren lassen mit deinen allen Erfahrungen, die du heute auch mit uns teilt hast. Das ist sehr schön. Danke vielmals. Ich danke dir, Claudia. Ja, und uns gibt es auch nächsten Mittwoch wieder, 20.00 Uhr oder 22.00 Uhr auf Teleclub Zoom. Schauen Sie wieder rein. Bis dahin, gute Zeit. Helfen Sie sich Sorge. Adieu mit der Band. Untertitelung.